Hallo meine lieben Aktienfreunde, das Schreckgespenst der Stagflation geht um und wir verbinden das jetzt mal mit den Top 50 Dividenden Aktien mit euren Top 50 Dividenden Aktien. Wir haben ja über 80.000 Mitglieder, die ihre Kauflimits hinterlegen und deshalb wissen wir, welche Aktien ihr kaufen wollt und auch zu welchem Preis. Und das Ganze vor dem Hintergrund der aktuellen erhöhten Unsicherheit wegen der Stagflation. Also die Frage ist, kommt ihr mit euren Top 50 Dividenden Aktien gut durch die Stagflation? Auf was muss man gucken? Und dann schauen wir uns auch noch die aktuelle Bewertung an. Mein Name ist Thorsten Tiet, ihr könnt mit mir durch gute und durch schlechte Zeiten kommen. An der Börse, es geht ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ab und zu geht es an der Börse mal nach unten, dann ist es gerade nichts mit Kursgewinn, aber die Dividenden wenigstens sollten trotzdem steigen und langfristig solltet ihr dann trotzdem eine schöne Rendite machen. Wir fangen erstmal an mit den Gründen der Stagflation. Also gucken wir uns erstmal das aktuelle Umfeld an. Ich werde da auch noch ein paar Hoffnungsschimmer geben. Also es ist nicht immer alles so hoffnungslos schlecht. Und dann gucken wir uns eure Top 50 Dividenden Aktien an. Und dann schauen wir uns mal eure Top 5 an und gucken da mal auf die Kennzahlen, die man anschauen sollte. Weil es gibt ja immer Kennzahlen, die so ein bisschen gerade in Mode sind. Ich weiß noch damals, ich bin ja schon sehr alt, auch wenn ich nicht so alt aussehe, damals in der Dotcom-Blase, als diese ganzen Tech-Aktien nach oben geschossen sind und teils horrende Bewertungen erreichten. Da gab es dann neue Kennzahlen, die es vorher nicht gab, wie Price Earnings to Growth, wo man dann das ultrahohe KGV ins Verhältnis gesetzt hat zum Umsatzwachstum beispielsweise. Jetzt gibt es das Price Earnings to Growth, ist ein bisschen außer Mode gekommen. Jetzt gibt es dafür die Rule of 40. Das ist noch cooler. Da braucht man nämlich das Unternehmen überhaupt keine Gewinne mehr zu machen und kann trotzdem quasi noch grünes Licht geben, weil man da einfach sagt, was ist Umsatzwachstum und die Margen, die addiert man zusammen und sollen über 40% geben. Und wenn das Umsatzwachstum noch hoch genug ist, auch über 40, über 40 soll es sein, die Zahl, oder mindestens 40, und da kann dann ruhig noch eine negative Marge kommen. Das heißt, man kann ruhig nur Verluste machen. Wenn nur das Umsatzwachstum hoch genug ist, dann kann es ja auch über 40 werden. Naja, es gibt da immer so gewisse Modekennzahlen auch, sage ich mal, die teilweise auch nur für gewisse Branchen sind. Wir im Aktienfinder, wir versuchen also allgemeingültige Kennzahlen auch zu haben, die branchenübergreifend funktionieren. Nach dem Motto auch, keep it simple, nur darauf schauen, worauf es ankommt, was es dann ist, das werden wir dann auch noch gleich sehen. Wir haben Artikel geschrieben, es ist hier Top 50 Dividendenaktien hier, Sommer 2022, ganz, ganz brandaktuell, den verlinke ich hier auch. Da stehen noch andere Dinge drin, wie die, die wir jetzt im Video machen. Da gibt es dann auch einzelne Aktien, die wir uns noch näher im Detail anschauen, beziehungsweise der liebe David Sasseter hat das gemacht. Wir gucken auf den ersten Teil, wo es um die Stagflation geht, mit der Erklärung, und dann noch auf den zweiten Teil, wo es um die Top 50 Aktien geht. Und dann verlassen wir den Artikel, und dann will ich mir mal die Top 5 Aktien von den Top 50 Aktien angucken. Die gehen wir mal zusammen durch und gucken dann, worauf man da wirklich achten muss, und ob die gut oder schlecht abschneiden. Und mit dem Wissen ausgestattet, können die die restlichen 45 Aktien dann alleine machen im Aktienfinder. So, das ist die aktuelle Situation. Schreckgespenst, Stagflation, wo kommt es her? Das sind die Ursachen. Wenn man Livestreams guckt, weiß auch die eine oder andere Ursache bereits, weil ich das Schaubild schon nicht ganz so hübsch mal erklärt habe. Wir haben hier also die Wirkungskette, die selbst verursachte makroökonomische und politische Krisen. Die Menschheit ist meistens selber schuld an ihrem Schicksal. Und dann haben wir hier die entsprechenden Kursverluste. Das Problemkomplex, den kennt ihr, fangen wir mal hier bei den Lockdowns an, im Rahmen von Corona, die zu Lieferproblemen geführt haben. Also diese Lieferkettenproblematiken. Es ist wahrscheinlich auch jedem bekannt, der letzte Schanghai, der letzte Lockdown war in Schanghai, ist jetzt aber nicht mehr akut. Das heißt, das ist jetzt schon mal was Positives. Nichtsdestotrotz haben die Lockdowns zu Lieferkettenproblemen geführt, haben geführt zu einer Angebotsverknappung, führt zu einer höheren Inflation. Zu einer höheren Inflation führen auch die höheren Energiepreise im Rahmen des, in Deutschland beispielsweise, Atomausstiegs, aber auch jetzt ganz insbesondere aufgrund des Ukraine-Kriegs. Höhere Energiepreise, höhere Inflation, aber auch beispielsweise Lebensmittelverknappung, Weizen, Sonnenblumenöl etc. führt auch anderweitig also ebenfalls zur Inflation. Höhere Inflation führt dazu, dass die Notenbanken tätig werden, die Zinsen erhöhen, aber ungleichmäßig, insbesondere in den USA, starke Zinserhöhung, Zinsgefälle Euro, US-Dollar, führt zu einem starken US-Dollar. Ich habe vor kurzem jetzt erst eine Insta-Story gemacht und da habe ich mal die Frage gestellt, wenn ihr vor einem Jahr für 10.000 US-Dollar, einfach nur 10.000 US-Dollar, für 10.000 US-Dollar Aktien gekauft hättet und die hätten sich überhaupt nicht bewegt, also überhaupt keine Kursernung, wie viel Gewinn hättet ihr denn gemacht in Euro umgerechnet, wo in den US-Dollar die Aktien sich nicht bewegt hätten, die Kurse, Antwort, 1.400 Euro Kursgewinne in Euro, nur weil der US-Dollar stärker geworden ist. Also wir haben ja massive Verschiebungen hier im Währungsgefälle. Das freut uns erstmal als Investoren, die viel in US-Aktien investiert sind, kurzfristig, mittellangfristig ist es eine Belastung für viele Unternehmensgewinne, die dann Umsätze machen, beispielsweise im Euro-Raum und wo die dann eben Wechselkursverluste zu verzeichnen haben. Das kann dann auch, wenn es blöd läuft, zu fallenden Aktienkursen führen und da die Börse das vorweg nimmt, können die Aktienkurse jetzt schon fallen. Wir haben die Zinserhöhung, die dazu führt, dass die Staatshaushalte zusätzlich belastet werden, wenn dann die Schulden zu verlängern sind, also umzuwälzen, umzuschulden ist. Das ist ebenfalls eine Belastung, Stichwort Italien. Und das Ganze führt dann hier zu einer Geldexpansion. Und dann haben wir auch noch diese Geldexpansion, Moment, die ist jetzt von den Notenbanken in erster Linie ins Leben gerufen worden, um eben die Konjunktur, ob es jetzt ein Auftrag war oder nicht, das ist dahingestellt, das gibt es unterschiedlich. Eine EZB hat eigentlich den Auftrag nicht, der kann die Konjunktur eigentlich egal sein, aber faktisch ist es so, dass sie immer mehr Geld in den Markt geschleudert haben. Und jetzt führt das Ganze dann zum Tapering, auch im Rahmen wie die Zinserhöhung und Tapering, das gehört zusammen und das führt dann auch zu einer höheren Staatsverschuldung beziehungsweise zu einer Belastung der Staatshaushalte, weil weniger Anleihen gekauft werden, beziehungsweise weil die Anleihenkaufprogramme auslaufen. Naja, also wir haben hier einen ganzen Themenkomplex und wer noch tief genug graben will, würde auch das eine oder andere vielleicht zusätzlich finden, aber wir haben hier einen relativ großen Komplex, der im Prinzip dazu führt, dass die Wirtschaft und damit auch die Börsen belastet werden. Was gut ist, also es gibt auch so den ein oder anderen Hoffnungsschimmer, also diese Lieferkettenprobleme habe ich schon angesprochen, da gibt es jetzt leichte Entspannung, zum einen natürlich, weil die Lockdowns in Shanghai fertig sind, aber es gibt hier beispielsweise auch den Global Supply Chain Pressure Index, der gibt wieder, wie stark die Lieferkettenprobleme quasi sind und ihr seht, dass es hier schon noch auf erhöhtem Niveau ist. Ich kann mal hier den Zoom wegmachen. Das ist quasi die Null, das ist so der neutrale Zustand und hier aktuell haben wir eben einen positiven Wert, der spricht für eine Belastung der Lieferketten und die war aber schon höher hier um die Jahreswende. Hier ging es nochmal nach oben, das war wohl Shanghai und jetzt geht es wieder nach unten. Also es ist noch keine Normalisierung, aber es ist immerhin schon mal eine Entspannung da. Wir haben auch in China jetzt beispielsweise starke Anleihe, nicht starke Kreditvergabe, Anreize gekriegt. Also die lokalen Regierungen sollen Investitionen vorziehen, die eigentlich im letzten Jahr erst fällig wären. Ich glaube, es ist Höhe von 220 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Das heißt, es gibt da Konjunkturstützungsprogramme staatlicherseits, in erster Linie Infrastruktur. Da wird also schon das ein oder andere gemacht und es gibt also schon durchaus auch Hoffnung. Die größte Hoffnung wäre natürlich, dass der Ukraine-Krieg irgendwann, also möglichst schnell endet. Das würde uns auch allen große Freude bereiten. Nichtdestotrotz, die Gefahr der Stagflation ist real, sie ist da. Und damit müssen wir umgehen und dann gucken wir mal, wie unsere Top 50 Dividendenaktien sich da schlagen. Ich habe gerne ganz kurz vorher nochmal hier schnell die Bewertung gezeigt. Das ist nämlich auch noch positiv, denn die Aktienmärkte handeln ja die Zukunft. Und ihr seht, das ist jetzt der S&P 500. Das war der Stand von gestern. Der Artikel ist nämlich von gestern. Und ihr seht, das ist KGV auf die letzten vier Quartale bezogen. schon deutlich niedriger ist vom S&P 500, von knapp 34 auf jetzt unter 19 gesunken. Das heißt, die Börse hat da jetzt schon einiges vorweggenommen innerhalb weniger Quartale durch. Zum einen die sinkenden Aktienkurse und zum anderen sind aber, und das ist auch ein Lichtblick, die Unternehmensquene nach wie vor am Steigen. Und grosso modo, auch Samsung hat ja jetzt gute Quartalszahlen beispielsweise geliefert. Und wenn wir jetzt steigende Unternehmensquene nach wie vor, wenn die treffen auf sinkenden Aktienkurse, dann gehen halt die KGVs ganz, ganz schnell nach unten, sodass wir dann wieder eine moderate Bewertung haben. Das ist definitiv auch ein Lichtblick. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu euren Top 50 Dividendenaktien. Und hier sind sie, die gehen wir jetzt nicht alle eins nach dem anderen durch. Wir haben hier die Aktie aufgeführt, dann haben wir hier die Anzahl der Kauflimits aufgeführt. Also Nummer 1 ist beispielsweise Visa mit 617 Kauflimits. Wir haben hier die Änderung im Vergleich zur letzten Ausgabe. Das heißt, im Vergleich zur letzten Saison, das war damals noch der Frühling, jetzt ist der Sommer, Visa hat also um zwei Plätze gestiegen, war dann wohl vorher auf Platz 3 gewesen und Chancen und Chancen war wohl vorher auf Platz 1 gewesen. Ihr seht hier dann die Dividendenrendite immer auf die kumulierte Dividende in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Dividendenwachstum, da seht ihr dann gleich, ob ihr der Inflation mit dem Dividendenwachstum enteilen könnt oder ob euch die Inflation einholt. Stabilität der Dividende, auch wichtige Kennzahl, wie zuverlässig der Dividendenzahler ist. Und da sehen wir, maximal ist es bei 1 und ihr seht, dass es immer relativ nah bei 1 ist. Das spricht also schon mal für eine Liste mit zuverlässigen Dividendenzahlern. Dann haben wir das durchschnittliche Kauflimit hier für euch. Und da gucken wir dann auch nachher rein, auch in die Bewertung. Wir werden uns jetzt nämlich 1, 2, 3, 4, 5, diese 5 Aktien anschauen. Wir fangen mal an mit Platz 5 und arbeiten uns dann nach oben vor und gucken dann, wie stagflationssicher, sage ich mal, diese Aktien sind und ob die gerade günstig bewertet sind. Das ist also quasi ein beispielhaftes Vorgehen, was wir da machen. Und ich finde ganz gut, wenn ihr mal nachlesen wollt, hier, das habe ich auch schon im einen oder anderen Livestream gesehen, beziehungsweise gesagt gehabt, vom Dividendenadel, der geht nicht zu tief und macht es immer noch so allgemein, dass man damit auch tatsächlich selbstständig arbeiten kann. Was für Kriterien sind in der aktuellen Zeit wichtig? Und ihr werdet aber sehen, die sind eigentlich immer wichtig. Nämlich ein etabliertes Geschäftsmodell mit nachhaltig positiven Cashflows. Das ist ja nichts anderes wie langfristig steigende Gewinne, nur anders gemessen in Form von Cashflows. Und die steigen nur dann langfristig beziehungsweise nachhaltig, wenn wir ein etabliertes Geschäftsmodell haben. Da haben wir auch die entsprechenden Kennzahlen. Das gucken wir uns also an, ob wir nachhaltig positiv steigende Cashflows haben. Eine komfortable, unstabile Marge, Brutomarge, Free Cashflow-Marge, gerne noch zusätzlich dazu. Haben wir alles im Aktienfinder, Brutomarge, direkt Free Cashflow-Marge, könnte man sich ausrechnen. Wir gucken auf die Brutomarge, gerne auch auf die operative Marge, also die Margen. Es gehört aber auch zusammen, wenn du kein etabliertes Geschäftsmodell hast, wirst du keine komfortable im Sinne einer stabilen Marge haben. Also vieles ist miteinander verbunden. Solide Bilanz mit moderater Verschuldung und geringem Goodwill. Auch hier natürlich, wenn du nachhaltig positive Cashflows hast, wirst du es einfacher haben, eine solide Bilanz zu haben, als wenn es nicht der Fall ist. Klar. Wir gucken uns also auch die Verschuldung an und den Goodwill als Risikoposition. Und am Ende auch ganz wichtig, vor allem, wenn du Einmalkäufe machen willst, preiswerte, fundamentale Bewertung. Und das da oben sind dann noch einzelne Branchen, auf die man speziell gucken kann, weil die schwerpunktmäßig eben etablierte Geschäftsmodelle haben mit nachhaltig positiven Cashflows. Braucht man jetzt aber nicht im Detail anschauen. Also wir konzentrieren uns auf die Punkte 2 bis 5. Es gibt noch auch diverse andere Listen mit Stagflation, wo man dann noch auf andere Dinge gucken kann, Personalintensität etc. Wenn euch das interessiert, dann nochmal tiefer zu gehen. Das ist in dem Artikel drinnen. Da gibt es noch einzelne Erklärungen hier zu weiteren Kriterien, die man heranziehen kann, wenn man noch tiefer graben möchte. Aber es ist nicht notwendig. Auf jeden Fall nicht im ersten Schritt. Meiner Meinung nach. Fangen wir jetzt mal an, ganz konkret mit Unilever. Gehen wir in den Aktienfinder, rufen den auf. Und dann schauen wir mal, wie Unilever mit der aktuellen Situation zurechtkommt. Unilever auf Platz 5 bei euch. Eine klassische Dividendenaktie hier mit 3,8% momentan. Ihr seht auch sicherlich, dass diese 3,8% recht hoch sind im historischen Mittel. Im Mittel auf die letzten 5 Jahre gab es lediglich 3,3%, also ein halber Prozentpunkt höher. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal die einzelnen Kriterien an, die beim Dividendenadel von Christian Röhl erwähnt worden sind. Und hier haben wir den operativen Cashflow. Und ihr seht hier, dass der operative Cashflow durchaus mal hier so ein bisschen auszackt oder ausreißt, nach oben und nach unten. Aber er steigt. Bei Nahrungsmittelkonzernen, auch Pflege, bei Unilever ist es nichts Ungewöhnliches. Man hat mal Zeiten, die sind eher gut, so wie die letzten Jahre hier von 2014 bis 2018, 2019. Man hat mal Zeiten, wo es ein bisschen klemmt. Das haben wir momentan. Aber großem Motto seht ihr, dass es alles schön steigt. Wir haben dann auch hier die Brutomargen. Und die Brutomargen, die sind erstaunlich stabil, auch schon seit 2011 um die 40%. Ihr werdet sehen, dass es andere Branchen gibt, wo die Margen deutlich höher sind. Gerade Software beispielsweise, wo sie deutlich höher sein können, muss ich sagen. Aber 40% ist durchaus noch in Ordnung. Vor allem, weil auch operativ immer noch einiges hängen bleibt. Knapp 20%. Und auch hier relativ stabil, kann man sagen. Also von da aus finde ich grünes Licht. Da gehe ich jetzt nicht mal auf Kennzahlen ein. Wir haben das da oben auch als Kennzahlen. Aber ich denke, hier reicht schon rein die visuelle Kontrolle aus. Dann kann man hier unten kommen, da kommt sofort das Nächste, nämlich die solide Bilanz. Was heißt eine solide Bilanz? Schulden. Die Schulden dürfen nicht zu einer starken Belastung führen des Unternehmens. Die müssen auch getilgt werden können. Und in Zeiten steigender Zinsen ist eine hohe Schuldenlast natürlich schlecht. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir jetzt erstmal einen absolut 25 Milliarden britischen Pfund Schulden. Ist das viel oder ist das wenig? Das kann man in zwei Verhältnisse setzen. Einmal ins Verhältnis zum freien Cashflow. Da weiß man dann quasi, wie hoch die Tilgungskraft ist. Freier Cashflow abzüglich Dividenden. Beim freien Fresh Cashflow genau abzüglich Dividenden. Da kann man die Tilgungskraft ausrechnen. Und wichtig ist hier vor allem, ich mache mal die Schuldenquote weg, dass dieser freie Cashflow hier, beziehungsweise, das ist schon die Tilgungskraft, Entschuldigung, alles ist hier angegeben. Tilgungskraft freier Cashflow, Dividenden. Nochmal, um Missverständnissen vorzubeugen, die Tilgungskraft ist der freie Cashflow abzüglich den Dividenden. Weil das das ist, was übrig bleibt, nachdem alles quasi bezahlt wurde. Laufende Kosten, Investitionen und die ausgeschütteten Dividenden auch schon abgezogen sind. Und dann seht ihr, wenn wir das hier ins Verhältnis setzen, Tilgungskraft knapp 2 Milliarden, Zins der Schulden 25 Milliarden. Das wäre also so ungefähr 13, 14 Jahre, würde es dauern, theoretisch, bis Unilever seine Schulden getilgt hätte. Das wird vermutlich niemals komplett passieren. Wir sehen hier aber, dass hier diese Tilgungskraft, also dieses grüne Band, recht zuverlässig ist und ist auch immer positiv, sodass die Zinsen nicht nur gedeckt werden können und was auch ausgeschüttet wird, von der Dividende, sondern auch noch da was überbleibt. Wie ist die aktuelle Entwicklung? Die Schulden sind momentan nahe des Allzeitshochs, absolut gesehen. Wenn wir uns die Schuldenquote mal angucken, dann sieht man aber, dass die Schuldenquote sinkt. Schuldenquote ist eben hier die zu verzinsenden, die zinstragenden Schulden ins Verhältnis zum gesamten Vermögen gesetzt. Da ist dann die Schuldenquote 2019, betrug sie 42,5 Prozent und die ist jetzt gesunken, knapp 5 Prozent, das ist jetzt 37,8 Prozent, weil die Vermögenswerte entsprechend gestiegen sind. Jetzt habe ich mal die ganzen Vermögenswerte ohne Treasury Stocks mal hier aufgeführt und da siehst du, dass die Vermögenswerte steigen. Man sieht jetzt aber auch, dass man hier Gutwill hat und das ist jetzt die Risikoposition Nummer 2 quasi, wie man Schulden auch als Risikoposition wahrnehmen will. Da kann man auch mal gucken, wie hoch ist es insgesamt beziehungsweise wie hat sich das so entwickelt. Und wir haben hier auch kleinere Abschreibungen mal gehabt. Das sieht man hier, wenn der Gutwillen nach unten geht. Insgesamt, Moment, wenn man das Ganze ins Verhältnis setzt zum kompletten Vermögen, das ist das hier. Treasury Stocks mache ich aber wieder weg. Die haben normalerweise bilanziell gesehen nichts zu suchen auf der Vermögensseite. Dann sieht man, das sind wohl so knapp 25 bis 20 Prozent. Das heißt, es geht noch insbesondere deshalb, weil, wenn man sich mal anschaut, wo die herkommen, also der Gutwill, der kommt natürlich durch Übernahmen, aber man hat hier eine ganz große Übernahmehistorie. Also es gibt ganz viele Übernahmen von Unilever und das heißt, dieser Gutwill tut sich so peu a peu oder hat sich peu a peu angehäuft. Es ist also keine, es ist also nicht eine große Übernahme, was quasi ein Klumpenrisiko wäre, wenn es nicht funktionieren würde, sondern es sind viele kleine Übernahmen. Ist also nicht so wie jetzt beispielsweise bei Altria, wo sie sich einiges haben kosten lassen für Juden und dann Milliarden abschreiben musste, weil genau dieser Deal nicht funktioniert hat. Insofern ist das Risiko hier des Gutwills niedriger ausgeprägt, rein strukturell. Man kann also sagen, das ist jetzt kein perfektes Bild, was hier abgeliefert wird. Es gibt durchaus relevante Schulden. Es gibt durchaus Gutwill in Höhe von um die Pi mal Daumen 20%. Die Margen sind nicht super hoch und der operative Cashflow verläuft auch so ein bisschen ruckelig, aber in Summe ist es alles noch okay. Von da aus an der Stelle grünes Licht und dann geht es weiter und dann muss man auf die Bewertung schauen. Das macht man hier, das war jetzt ein Qualitätscheck. Jetzt gibt es hier die Bewertung und da schaut man erst mal, welches der richtige Bewertungsmaßstab ist und ich glaube für fast alle Aktien, die wir jetzt machen, wird es der bereinigte Gewinn sein. Den Umsatz machen wir mal weg, die Dividende jetzt auch erst mal. Also wir nehmen den bereinigten Gewinn und da sieht man auch im Prinzip schon, dass als der Gewinn stark gestiegen ist, dann auch die Aktienkurse überproportional stark gestiegen sind und den blenden wir jetzt einfach mal ein. Das wäre der hier. Wir machen das relativ kurz und schmerzlos. Man sieht auch schön, dass der Aktienkurs diesen fairen Wert hier respektiert hat. Aktuelles bereinigtes KGV liegt bei 17, was unter dem Durchschnitt ist, den wir benutzt haben, um die kompletten fairen Werte hier zu berechnen. Und man sieht, dass die Aktie doch schon relativ stark gefallen ist von über 50 britischen Pfund, 52 britischen Pfund auf jetzt 38 britischen Pfund, lag sogar schon mal tiefer bei unter 34. Und wir sind jetzt nach einer Phase Überbewertung in die Phase der Unterbewertung gerutscht, weil eben Unilever teilweise jetzt auch zu Recht erst mal niedriger bewertet ist, weil das Gewinnwachstum flöten gegangen ist in der letzten Zeit. Wir haben jetzt einen neuen aktivistischen Investor an Bord und da kann es ja ähnlich bei Procter & Gamble wieder klappen. Ist nichts Ungewöhnliches, hatte ich schon gesagt, dass wir Zeiten haben, die ein bisschen schlechter sind, gerade auch hier bei den eigentlich unspektakulären Konsumgüterherstellern. Wenn wir hier das 17er oder das durchschnittliche KGV von 19,6 nehmen, dann würde ich sagen, das stammt auch aus Zeiten, wo es einfach besser war. Ich würde das auf 17 nach unten korrigieren. Das heißt, ich würde quasi die aktuelle Skepsis des Marktes übernehmen für den fairen Wert und dann nehme ich für die Einschätzung, mit was für einer Rendite hier kurz- bis mittelfristig zu rechnen ist, dann den fairen Wert des nächsten geschätzten Geschäftsjahres. Gerne den ziehe ich dann heran und der lege dann bei knapp 40 britischen Pfund. Und dann sieht man hier aufs Jahr, wäre das eine Rendite über die eineinhalb Jahre von 6,2%. Das ist jetzt nicht umwerfend. Das ist ungefähr die allgemeine Marktperformance, wobei ich denke, in der aktuellen Situation 6,2% zu kriegen bei der erhöhten Unsicherheit, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber nichtsdestotrotz, global galaktisch gesehen, ist das relativ moderat. Das meiste davon kommt sogar über die Dividende, müssen wir noch Abgeldungssteuer abziehen, auch wenn man die Aktie nicht verkauft. Das heißt, effektiv ist das sogar noch ein bisschen weniger an Rendite zu erwarten, wenn man nicht einen Freibetrag noch hat. Da würde ich jetzt sagen, könnte man durchaus, wenn man jetzt einen Einzelkauf machen will, nochmal vielleicht auf fallende Kurse setzen, kann man sich dann eine Hilfskurse machen. Und jetzt mal gucken, was hier das durchschnittliche Kauflimit ist. 40,63 Euro. Ah, da müssen wir dann umrechnen, was es im britischen Pfund ist. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Moment, müssen wir mal gucken. So. 40,43 Euro in Great British Pound. Das ist schon popular. 40,43. Also bei 34,35, da wären dann die Kauflimits. Ach so, nee, ich muss es umgekehrt machen. Moment. 40,63. Doch, doch. 34,35 ist richtig. Und was haben wir hier? 38,34. Ja, also hier irgendwo, hier in der Nähe wäre das durchschnittliche Kauflimit. Und dann hätten wir eine Renditeerwartung von 12,9%. Können wir uns auch schon ein bisschen mit weniger zufrieden geben, wie hier. Also von da aus würde ich sagen, die Aktie ist fair bis leicht überbewertet. Das Problem ist halt, dass wir noch glauben, laut den Analysten, dass die Gewinne im laufenden Geschäfte nur noch unten gehen sollten. Und das kann auch gut sein, weil wir haben hier beispielsweise, Moment, muss ich mal noch gucken. Hier. Die Frage ist ja auch immer, wie gut kann die Kotkontenunternehmen mit der Inflation zurecht? Bei Unilever könnt ihr das relativ schön sehen, in jedem Quartalsbericht. Wir haben hier Underlying Price Growth. Das ist hier die Preiserhöhung. Und das ist jetzt das erste Quartal 2022. Und da haben sie geschafft, die Preise im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,3% zu erhöhen. Ging ein bisschen auf das Umsatzvolumen. In Summe haben sie aber einen Underlying Sales Growth von 7,3%. Das war schon ziemlich gut. Aber die Aussichten jetzt erstmal für die nächsten Quartale, die bleiben sehr herausfordernd. Und deshalb hier erstmal noch ein bisschen Stagnation bzw. rückläufige Gewinne. Deshalb auch ein rückläufiger, fairer Wert. Deshalb bei dieser Konstellation könnte es durchaus sein, dass die Aktie auch nochmal nach unten geht. Und dann könnte man hier wunderbar ein Kauflimit setzen und dann warten, bis man dann eine automatische Mail bekommt. Kauflimit kann man hier setzen. Also hier zum Beispiel. Kann man auch in britischem Pfund direkt setzen. Da muss man nur den britischen Pfund finden. Hier wäre es, das englische Pfund. Da könnte man zum Beispiel hier auf 36 britischem Pfund gehen. Und wenn dann der Kurs entsprechend fällt, dann kriegt man Bescheid. Also Unilever würde ich sagen, Qualitätscheck, noch grünes Licht. Beim fairen Wert vielleicht gelb. Da könnte man nochmal gucken, ob man da noch ein bisschen was rausholen kann. Vor allem nach dem letzten Kursanstieg. So, dann wäre die Aktie Nummer 4, die wir machen. Das wäre hier American Tower. American Tower, ein Towery, der Funkmasten vermietet. Das wollen wir mal gucken. American Tower, hier ist er. Und wir haben hier 542 Stimmen dafür. Ihr seht ja auch die Dividendenrendite bei etwas über 2%. Und das Kauflimit bei ungefähr 200 US-Dollar momentan. Das ist jetzt leicht zu rechnen, weil wir haben ja fast die Parität mittlerweile erreicht. Zum Dollar, Dollar zu Euro. Und wenn ihr hier seht, auch gerade der operative Cashflow, obwohl es ein Read ist. Dann müssen wir auch hier den Funds for Operations haben, der die relevante Größe ist bei Reeds. Da seht ihr, dass wir hier ein schönes Geschäftsmodell auch haben. Nachhaltig steigende operative Cashflows und Funds for Operations. Wir haben hier Brudomargen. Die sind leicht höher als bei Unilever. Die operative Marge ist deutlich höher. Die lag bei Unilever so bei knapp 20%. Hier liegt sie bei 32%. Von da aus gesehen hier auch grünes Licht. Und wenn man sich dann die Bilanz anschaut, dann könnt ihr zum einen mal auf die Schulden. Und dann haben wir hier die relevanten Größen. Und da seht ihr zum einen hier die Schuldenquote momentan bei 73%. Und diese 73%, das klingt schon mal sehr hoch. Bei Reeds allerdings ist die Schuldenquote immer sehr hoch. Weil die müssen ja gesetzlich vorgegeben 90% des Net Taxable Incomes, des zu versteuernden Einkommens, ausschütten an Dividenden. Was ja auf der einen Seite attraktiv macht. Ihnen auf der anderen Seite aber erschwert eine solide Bilanz zu haben. Deshalb geben die auch immer wieder neue Aktien aus. Auch wenn es hier nicht allzu viele sind. Um sich hier einmal durch Eigenkapital zu finanzieren. Und hier einmal durch Fremdkapital zu finanzieren. Indem sie die Schulden erhöhen. Hier aber auch wichtig die Tilgungskraft. Und ihr seht hier, dass die Tilgungskraft durchgehend positiv ist. Auch wenn, wenn man das jetzt in Bezug zueinander setzt, sie doch sehr niedrig erscheint. Aber wir haben hier ein sehr zuverlässiges Geschäftsmodell. Insofern, also hier würde ich sagen grünes Licht, hier auch grünes Licht. Hier, da muss man gucken, wie die Einnahmen jetzt sind, um noch ein bisschen tiefer zu graben. Insbesondere im Zusammenhang mit der Inflation. Denn die Inflation kann ja auch dazu führen, dass die Zinslast steigt. Was ja dann zu einer entsprechenden Belastung des Ergebnisses führen würde. Und da habe ich mal in den Jahresbericht geschaut. Und dann sieht man hier, dass die Vermietungen eine eingebaute Preiserhöhung haben. Also die Mietklauseln für diese Sendemassen haben eine eingebaute Preiserhöhung. Und zwar zum einen Teil fix und zum anderen Teil inflationär. Und dieses Fixe, und das sind durchschnittlich 3% in den USA, wo Jahr für Jahr dann die Miete steigt. Das ist in den USA vorrangig so geregelt in den Mietverträgen. Und diese inflationär, dass man sich an der Inflation orientiert, das ist in erster Linie auf den internationalen Märkten außerhalb der USA. Wenn man jetzt mal schaut, wo die ihre Umsätze machen, dann sieht man, dass United States 55% der Umsätze in den USA gemacht werden. Und da haben wir diese durchschnittlichen Mietsteigerungen in Höhe von 3%. Und jetzt haben wir jetzt gerade Inflation in Höhe irgendwo zwischen 7 und 8%. Das heißt, American Tower kommt, das US-Geschäft von American Tower ist nicht ausreichend inflationsgeschützt. Das heißt, das ist ja erstmal was Negatives. Die restlichen Umsätze, die sind besser inflationsgeschützt. Jetzt könnte man noch ein bisschen tiefer weitergraben, um zu schauen, beispielsweise, wie die Maturity ist, also wie die einzelnen Schulden auslaufen, wie sie dann verlängert werden müssen, wenn das Zinsniveau steigt. Da können Sie auch nochmal tiefer graben an einer anderen Stelle und zu gucken, inwiefern die Inflation sich tatsächlich auswirkt auf American Tower. Weil die Inflation wird ja vor allem durch Energiepreise getrieben und Lebensmittel. Lebensmittel braucht American Tower wahrscheinlich nicht. Bei den Personalkosten müsste man auch mal schauen. Also man könnte es noch relativ tiefer graben. Wir verzichten an der Stelle mal drauf. Was wir aber gesehen haben, ist, dass dieser Inflationsschutz eben so nicht 100% greift, so dass man hier mal auch ein gelbes Licht, sage ich mal, dran machen könnte. Also das ist jetzt nicht so ganz problemlos, die Schuldensituation in der Bilanz, dass man das jetzt einfach so durchwinken könnte. Da könnte man nochmal tiefer graben. Dann gibt es außerdem noch den Goodwill hier. Und ihr seht, dass der Goodwill auch immer mal wieder gestiegen ist, momentan bei 13 Milliarden. Den setzen wir mal hier in Beziehung zum restlichen Vermögen des Unternehmens. Und da sieht man, dass das Ganze jetzt zum Beispiel weniger hoch ist als bei Unilever. Das werden vielleicht so 10% sein, Pi mal Daumen. Das ist also jetzt erstmal noch nicht so viel. Und da wir ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, würde ich mal sagen, das würde mich jetzt nicht beunruhigen, der Goodwill hier. Dann gehen wir mal zur Bewertung. Und das sehen wir hier. Das sieht man auch, was das langfristig für eine schöne Aktie gewesen ist. Man sieht aber auch, dass der aktuelle Kurs von 257 US-Dollar, dass wir den schon hier bereits erreicht hatten im Jahr 2020, also vor zweieinhalb Jahren, haben wir jetzt so ein bisschen einen volatilen Seitwärtslauf gerade. Hier kann man die Funds von Operations wunderbar nehmen, um die Aktie zu beurteilen. Dann nehmen wir den Fair Value FFO mal. Und dann sieht man, dass trotz des Seitwärtslaufs die Aktie immer noch recht sportlich bewertet ist, beziehungsweise der faire Wert unterhalb des aktuellen Aktienkurses liegt. Und dann können wir mal hier Renditeerwartungen auf das übrigensste Geschäftsjahr machen. Und die wäre sogar negativ, trotz der Dividenden. Aktuelles KGV. Hier bezogen aber auf die Funds von Operations von 26 bei einem prognostizierten Gewinnwachstum im hohen einschlägigen Bereich. Und das ist jetzt ein bisschen viel. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Einzelkauf einsteigen, vor allem auch bezüglich der Stabilität der Bilanz, haben wir gerade gesehen, die unsere Mitglieder durchschnittlich so bei 200 US-Dollar, der Aktienkurs momentan auch bei 260 US-Dollar, also die würden noch in Summe ein ganzes Stückchen tiefer gehen. Wenn ich das mal mache, wo sind denn hier 200 US-Dollar? Die sind hier schon relativ tief. Hier sind 200 US-Dollar. Da hätten wir dann natürlich eine positive Renditeerwartung von sogar 16% aufs Jahr betrachtet. Da muss man jetzt was dazu sagen. Diese Kauflimits, die sind teilweise auch schon älter. Sie können schon 2, 3, 4 Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr alt sein. Damals hatten wir noch einen anderen Wechselkurs. Damals war der Dollar noch mehr wert im Vergleich zum Euro. Und wenn man dann das nicht mehr angepasst hat, sondern das Kauflimit in Euro hinterlegt hat, hat es zur Folge, dass das Kauflimit jetzt weiter unten ist. Weil der Euro, oder anders ausgedrückt, diese 198 oder 199 Euro, die sind jetzt in Dollar weniger wert, als sie es wert gewesen sind vor einem halben Jahr. Und deshalb ist das Kauflimit in Dollar umgerechnet jetzt niedriger, als es vor einem halben Jahr war. Das muss man mit berücksichtigen. Das sind so die Probleme, wenn man an unterschiedlichen Börsenplätzen in unterschiedlichen Währungen kaufen kann und die Leute ihre Limits in unterschiedlichen Währungen hinterlegen, was man ja alles im Aktienfinder machen kann. Das ist ja sehr flexibel. Wenn man das dann auswertet und dann beispielsweise starke Wechselkursverzerrungen hat, Schwankungen hat, dann muss man diese Dinge noch wissen im Hinterkopf, um das besser zu interpretieren. Also American Tower wäre jetzt für mich nicht interessant für einen Einzelkauf. Da würde ich auch eher noch auf einen Kursabschlag spekulieren. Auch gerade angesichts des Risikos in der Bilanz. Dann kommen wir mal zur dritten Aktie. Das wäre Microsoft, eines der qualitativ hochwertigsten Unternehmen, die wir haben, meiner Meinung nach. Aber auch da lief nicht immer alles rund. Das sieht man ja, wenn man in den Qualitätscheck reingeht, dass wir ja auch Stagnationsphasen hatten. Aber die letzten Jahre jetzt, nachdem Microsoft ausgerichtet wurde, die laufen hervorragend. Das sieht man insbesondere auch am operativen Cashflow, wie das sich hier entwickelt. Aber genauso auch an den Margen, die jetzt hier schön steigen, zu den steigenden Umsätzen dazu. Bruttomargen bei knapp 70%, operative Marge bei 42,3%. Also nochmal ein bisschen höher als bei American Tower. Also hier grünes Licht, grünes Licht. Und hier, wenn wir uns die Bilanz angucken, das ist die stärkste Bilanz bisher, von den Unternehmen, die wir angeschaut haben. Definitiv, die haben mehr Cash als zinstragende Schulden. Das heißt, die könnten aus der Portokasse quasi ihre Schulden, zinstragende Schulden tilgen. Die haben auch hier eine so hohe Tilgungskraft, dass innerhalb von weniger als zwei Jahren die zinstragenden Schulden getilgt werden könnten. Schuldenquote liegt bei 22,6%. Dann haben sie auch Goodwill. Für ein Tech-Unternehmen nicht ungewöhnlich, aber hier von der Höhe her zwar absolut beeindruckend, 67,5 Milliarden US-Dollar insgesamt, aber die Bilanz ist so groß, dass das da schon wieder verschwindet und auch hier unterschiedliche Übernahmen. Es gab immer mal schon wieder Abschreibungen, beispielsweise sicherlich im Jahr 2015, als Microsoft hier, ja genau, neu ausgerichtet wurde. Das war sicherlich die Handysparte von Nokia, die da abgeschrieben wurde. In Höhe von gut 3 Milliarden US-Dollar. Aber in Summe, denke ich, sollen wir uns da keine großen Gedanken machen. Von da aus, Bilanz auch grünes Licht. Dann hier der faire Wert. Und da ist interessant, dass Microsoft schon zurückgekommen ist. Die waren schon knapp 350 US-Dollar teuer und jetzt unter 270 US-Dollar könnte man sich Hoffnung machen, dass die Aktie jetzt fair bewertet ist. Wir haben ein bereinigtes KGV, das nehmen wir auch für die Bewertung, von 27,5. Und gucken wir mal hier, was wir hier in dem Netz, was wir hier jetzt so für prognostiziertes Wachstum haben. Einstelliger, niedriger Einstelliger-Bereich, zwischen 12 und 14 Prozent prognostiziertes Wachstum. Und dann gucken wir uns mal den bereinigenden Gewinn an. Und dann nehmen wir das ja ab 2017 und nicht die kompletten 10 Jahre, weil ab 2017 ging es wieder so richtig aufwärts mit Microsoft. Und dann wird das bereinigte KGV nach oben gehen. Das sehen wir jetzt gleich. Also jetzt hier drauf achten. So, jetzt ist es schon knapp bei 24. Und da haben wir jetzt aber hier schon die schönen Wachstumsraten, das erfolgreiche Microsoft und nicht das Microsoft als Dinosaurier mehr mit eingepreist für die durchschnittlichen Multiples. Und dann holen wir uns den Fairwert bereinigt. Hier ist er. Und dann sieht man leider, dass die Aktie doch hier richtig davon gelaufen ist. Von der Bewertung her. Sie wurde immer teurer bewertet. Und jetzt erst seit wenigen Monaten oder seit einem guten halben Jahr haben wir jetzt die Korrektur. Und sind trotzdem noch etwas über dem Fairwert drüber. Der lege jetzt bei 233 US-Dollar. Die Aktie kostet aber 268 US-Dollar. Gute Nachricht ist, wenn man ein bisschen Sitzfleisch hat, kann man schon im nächsten Geschäftsjahr basierend auf den Schätzungen mit einer positiven Rendite rechnen. Wäre dann aber, in Anführungszeichen, nur 6,4%. Auch hier könnte man nochmal, bitte Sie sich vielleicht anbieten, Moment, ein Kauflimit zu setzen, denke ich, in der aktuellen volatilen Situation. Vor kurzem gab es die Aktie beispielsweise mal für unter 250 US-Dollar, 248 US-Dollar. Und wenn man da zugeschlagen hätte, wäre die Renditeerwartung schon zweistellig gewesen bei 10,6%. Mal gucken, was wir für Kauflimits haben. 210 US-Dollar ist natürlich sehr, sehr günstig. Also es ist schon hier unten irgendwo, ob die Aktie so tief fällt, sei mal dahingestellt. Ich habe ja erklärt, warum die US-Dollar-Kauflimits tendenziell jetzt nochmal, tendenziell zu tief sind aufgrund der Wechselkurse. Also hier überall grünes Licht, hier beim fernen Wert würde ich sagen, gelb. Dann gucken wir mal zur Nummer 2, das ist Johnson & Johnson. Absolute Stabilität der Dividende mit 1,0. 564 Kauflimits, also 18 mehr als Microsoft, war die alte Nummer 1 gewesen. Und schauen wir uns kurz an. Und dann gehen wir hier auch in den Qualitätscheck rein. Und dann sieht man hier auch, ein nachhaltiges, stabiles Wachstum ist gegeben, tatsächlich bei Johnson & Johnson vom operativen Cashflow, genauso auch wie vom Gewinn oder vom freien Cashflow. Ähnlich wie bei Unilever hakelt das Ganze mal ein bisschen. Auch hier wird gekauft und teilweise auch verkauft, was das Ganze auch wieder so ein bisschen beeinflusst. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist die richtige Richtung, die hier eingeschlagen wird. So, ich stecke mir gerade noch mal was zu trinken ein, weil ich einen trockenen Hals habe. Und dann gehen wir zu den Margen. Und gucken wir mal, wie hoch die sind. Wir haben hier Margen von 68 Prozent, also deutlich beispielsweise höher, als bei Unilever, aber unterhalb von Microsoft. Die operativen Margen, die liegen auch noch höher, als bei Unilever. Die machen ja beide, haben ja beide auch Pflegeprodukte, sind also teilweise direkte Konkurrenten. Liegt aber deutlich höher hier, mit ungefähr 6 bis 7 Prozent. Und von daher würde ich sagen, ja auch grünes Licht. Gucken wir uns mal die Stabilität, die Solidität der Bilanz an. Auch hier erstmal die Schulden anschauen. Man sieht ja Schuldenquote von lediglich 15 Prozent. Ganz stabile Tilgungskraft hier, das grüne Band. Wenn wir hier gucken, Tilgungskraft 8,5 Milliarden, Verzins der Schulden 33 Milliarden. Das heißt, in ungefähr vier Jahren könnte man aus den laufenden Erträgen, trotz Dividendenzahlungen, trotz Investitionen, die Schulden tilgen. Man könnte sie aber auch fast aus der Portokase bezahlen. Nicht ganz. Liquide Mittel in Höhe von etwas über 30 Milliarden, im Vergleich zu 33 Milliarden zinstragenden Schulden. Also von daher alles gut. Dann haben wir auch noch den Goodwill. Da wird immer wieder etwas gekauft und verkauft. In Höhe von 35 Milliarden. Aber ihr seht, wenn ihr das im Vergleich setzt, hier komplett zu dem Bilanzvermögen relativiert sich das wieder. Und auch hier haben wir ähnlich wie bei Unilever nicht eine einzige große Übernahme, sondern immer wieder viele kleinere Übernahmen, sodass sich das Abschreibungsrisiko verteilt. Von daher auch grünes Licht. Dann kann man sich mal den Fernwert angucken. Also sind da die Kauflimits 143 Euro, also 145 Dollar wert ist dann irgendwo. Der aktuelle Kurs 178,50 US-Dollar. Auch da nehmen wir den bereinigten Gewinn und dann legen wir gleich den Fernwert drüber. Sieht man, wie es hier aussieht. So mal ein bisschen rein, machen den weg. Und da sieht man, dass die Aktie momentan, sie ist sehr gut gelaufen, sie ist die ganze Zeit gestiegen, hat keine Korrektur hinter sich. Eine echte Qualitätsaktie, aber entsprechend auch noch etwas teuer. Keine positive Renditeerwartung erst mal. Aufs nächste Geschäftsjahr, auf die Schätzung, beziehungsweise doch, dank der Dividende, in Höhe aber nur von 1,8%. Hier auch ein Fall für ein Kauflimit. Also wir hatten 145 Dollar, also hier irgendwo die Kauflimits, man sieht auch wieder extrem niedrig, hatten wir zuletzt hier gehabt, Spätjahr 2020. So tief würde ich jetzt mal nicht gehen. Ich würde so tief gehen, dass ich irgendwo ein zweistelliges vielleicht, oder wenigstens so 8% Renditeerwartung habe, dass so hier in der Größenordnung, wäre jetzt 9,1%. Das wären dann bei 161, 160 US-Dollar. Da denke ich, wäre ein gutes Kauflimit. Das ist auch nicht so unrealistisch, dass man das mal erreichen kann. Hier Ende des letzten Jahres, von einem guten halben Jahr, da war die Aktie sogar noch günstiger zu haben. Also, dann würde ich mal sagen, grünes Licht beim Qualitätscheck, überall gelbes Licht beim fairen Wert. Für einen Einmalkauf immer, wenn man in Überaktionssparpläne investiert, das sieht es anders aus, da kann man einfach kaufen, mit dem Cost Average Effekt regelmäßig, das ist dann kein Problem. So, jetzt kommen wir zu Nummer 1, das wäre Visa, Kauflimit würde ich mal sagen, bei 165 US-Dollar, 617 Stimmen, Dividendenrendite relativ mickrig, mit 0,7%. Deshalb kann die Aktie aber trotzdem fair bewertet sein. Schauen wir mal. So, man sieht auch hier, wir haben tatsächlich bei aktuell 203 US-Dollar. Da waren wir auch schon mal Anfang des Jahres 2020. Das heißt, wir haben hier auch einen Zeitwärtslauf. Bevor wir in die Bewertung gehen, gucken wir mal kurz mal an, ob wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, was sich an nachhaltiges steigenden Gewinn- und Cashflows manifestiert. Würde ich mal sagen, ist der Fall. Dann haben wir hier die Margen, 77,5% Bruttomargen und davon geht relativ wenig weg, zur operativen Marge, 67%. Das ist, glaube ich, Rekord von den 5 Aktien, die wir uns angeschaut haben und das Ganze auch noch recht stabil, also grünes Licht. Dann können wir uns die Bilanz angucken und da sieht man auch sofort, dass die Schulden kein Problem sind. Die Schulden liegen zwar bei 21 Milliarden, aber die Tilgungskraft liegt bereits bei 12 Milliarden. Keine zwei Jahre schon wären die Schulden rechnerisch weggetilgt. Die Tilgungskraft ist auch recht stabil. Außerdem haben wir auch liquide Mittel. Wir haben ebenfalls Goodwill von diversen Übernahmen, aber auch hier würde ich mir keine zu großen Sorgen machen. Da sich das Ganze relativiert im Vergleich zum Gesamtvermögen. Man kann da auch immer noch mal kurz anschauen, was so die gesamten großen Akquisitionen gewesen sind und wie sich das aufgeteilt hat, um noch besseres Gefühl zu kriegen. Hier wurde zum Beispiel Visa Europe übernommen. Habe ich nachgeschaut. Vorher hatten die noch keine Schulden, danach haben sie Schulden gemacht. Von meiner Seite aus, aber auch hier grünes Licht, sodass man dann gleich zur Bewertung springen kann. Und da gehen wir mal ebenfalls, nehmen wir ebenfalls den bereinigten Gewinn hier. Wir haben hier eine kleine Delle gehabt, eine Corona-Delle, weil viele Kreditkartenzahlungen beispielsweise auch Geschäftszahlungen sind. Und bei Corona ging es alles ein bisschen zurück. Weniger Hotels, weniger Reisen allgemein und so weiter, aber man sieht, man hat bereits alles überwunden. Holen wir uns mal den fairen Wert bereinigt rein und dann sieht man tatsächlich, das ist jetzt mal positiv, wer hätte es gedacht, dass wir da beim aktuellen Aktienkurs dank der Korrektur, also wir waren schon bei 250 US-Dollar, liegen jetzt bei 200 US-Dollar, dass wir jetzt relativ nah am fairen Wert tatsächlich schon angelangt sind und wir in der entsprechenden Tour, weil die Gewinne weiter steigen sollen, positive Renditeerwartungen haben, sogar 15% schon auf die nächsten 12 Monate. Das ist schon was, was ich sehen lassen kann, würde ich sagen, obwohl die Dividendenrendite ja relativ niedrig ist. Also ist die von den 5 Aktien niedrigste Dividendenrendite, aber die Renditeerwartung insgesamt dank der Kursgewinne ist die höchste. Wenn man jetzt mal guckt, was war denn das Kauflimit bei 165 irgendwo, das braucht man nicht, meine ich. Also das wäre jetzt eine Aktie, natürlich keine Anlageempfehlung, keine Kauf- und Weckaufsempfehlung, aber das wäre jetzt eine Aktie, die recht aussichtsreich ist. Insbesondere, wenn man sich mal überlegt, dass dieser faire Wert von 231 US-Dollar, dass die Aktie ja bereits so viel gekostet hat, nämlich beispielsweise schon im April und sie hat ja auch schon mehr gekostet. Also Visa hat auf der einen Seite hier zwar ein recht hohes KGV von 30, auf der anderen Seite wachsen die Gewinne hier knapp 20% pro Jahr, prognostiziert. Sie hatten aber auch schon Wachstum so, im Jahre 2021 beispielsweise, Geschäftsjahr. Insofern nicht unrealistisch das Ganze. Also bei Visa, da wäre dann überall grünes Licht im Qualitätscheck hier, hier und hier und tatsächlich auch bei der Bewertung. Gut, jetzt habe ich Ihnen mal gezeigt, wie man Aktien quasi relativ schnell bewerten kann, auch vor dem Hintergrund hier der drohenden Stagflation. Ist also auf jeden Fall mal für eine erste Sichtung keine Raketenwissenschaft, auf jeden Fall nicht mit dem Aktienfinder. Und ich finde, als Fazit kann man nochmal festhalten, dass ich finde, dass das, was wir hier im Qualitätscheck haben, das funktioniert mit Stagflation, genauso wie es ohne Stagflation funktioniert, weil das sind einfach zeitlose Größen, langfristiges Gewinnwachstum, die Margen, dass man solide Bilanzen hat, das hat immer seine Gültigkeit. Was da rauskommt, ist immer entweder gut oder schlecht, aber es hat immer seine Gültigkeit. Und was man auch allgemein festhalten kann, finde ich, ist, dass die Bewertung eine große Rolle spielt, also nicht nur die Qualität, sondern auch die Bewertung einer Aktie. Wir haben unterschiedliche Aktien jetzt angeschaut, fünf Stück. Nur eine davon war jetzt bei Visa so bewertet, dass ich sagen würde, ja, da ist die Renditeerwartung wirklich so hoch, dass ich mir da persönlich vorstellen könnte, einen Einmalkauf zu machen. Bei den anderen hätte ich es eher nicht gemacht, obwohl dann auch, auch da nicht, wenn der Qualitätscheck grün war. Also auch das, auch darauf muss man gucken und darauf muss man auch gucken, unabhängig von der aktuellen Wirtschafts- und Börsenlage, ob wir jetzt eine Stagflationsphase haben oder wo jetzt der Fear and Greed Index, wo jetzt gerade die Nadel hängt. Also alles allgemeingültige Dinge hier und ich denke, das ist eine positive Nachricht, weil man muss nicht jedes Mal sich irgendwelche neuen Kennzahlen suchen, die jetzt gerade Gültigkeit haben, sondern man kann tatsächlich die global-galaktischen, universellen Erfolgskennzahlen nehmen und wenn man die mal verinnerlicht hat, dann hat man schon viel gewonnen. In diesem Sinne, auf gute Investments. Gucken wir mal, ob wir eine Stagflation kriegen oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis ganz zum Ende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.